Krebs, das Ende einer Volkskrankheit, wird Realität. Wir wachsen auf einem Planeten heran, der uns Nahrung gibt. Diese Nahrung besteht zunächst mal aus Pflanzen. Die Pflanzen beinhalten Stoffe, Naturstoffe, die in einer Symbiose mit uns Menschen und anderen Lebewesen diesen Planeten bereichern und uns zur Nahrung, Wachstum und Gesundheit dienen. Die Inhaltsstoffe dieser Pflanzen sind Vitamine, Mineralstoffe, Strukturelemente. Über Jahrtausende hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Die Lebewesen pflanzen sich fort, einschließlich diesem Lebewesen Homo sapiens, bis eine Gruppe entschloss, sich entschloss, das zu ändern. Das Wissen der Menschheit war herangereift und die Neugierde zu erfahren und zu verstehen, woraus diese Pflanzen zusammengesetzt sind, überwog. Man versuchte, die Natur zu analysieren. Man schaute sich zum Beispiel die Rinde des Weidenbaums an und isolierte daraus eine Struktur, die man Salicylsäure nannte. Man machte daraus ein Molekül, das bis heute in aller Munde ist, die Acetylsalicylsäure, indem man dieses Naturmolekül ein klein wenig modifizierte. Warum, werden wir gleich noch sehen. Die Weide war nur eines von vielen. Ich habe Ihnen hier mal ein Buch mitgebracht, das ist jetzt 115 Jahre alt, 1897. Jahrbuch über die Fortschritte der Chemie. Dort finden Sie auf Seite um Seite um Seite, die damals vor 115 Jahren schon bekannten Moleküle der Natur. Entdeckt, analysiert, beschrieben und nachgebaut. Von einer Berufsgruppe, die nannte sich Chemiker. Fantastisch. Dies war nur ein Jahresband. Hier sehen Sie die anderen Jahresbände. Ich nenne es das Prinzip Lego. Weil wie ein Lego-Baukasten wurden diese Moleküle zusammen aufgelistet, registriert. Wie viele rote Steinchen, wie viele blaue Steinchen, Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoffmoleküle. Fantastisch. Als auf den meisten Kontinenten noch die Landwirtschaft betrieben wurde als Haupteinkommen, hat es sich in diesem Land eine Gruppe herausgebildet, die auf dem Weg waren, nicht nur die Natur zu verstehen, sondern sie nachzubauen. 1877 war diese Gruppe dann aufgegangen, dass wenn man wirklich Gott spielen will und die Natur nachbaut, dann liegt es nahe, dass man sie auch besitzt. Und wenn man die Natur besitzen will, beziehungsweise die Nachbauprodukte der Natur, dann braucht man dazu einen Stempel, der sagt, dieses Molekül gehört dir. Und dieser Stempel befindet sich auf einer Urkunde, die nennt sich Patent. Und so verwundert ist auch nicht, dass eines der ersten Patente 1877 in dem neu erlassenen deutschen Patentgesetz von der BASF, einer der großen Semikonzerne der damaligen Zeit, eingereicht wurde. Ich fasse zusammen. Das Problem, mit dem wir hier heute zu tun haben, der Machtanspruch einer Gruppe, die sich die Natur zu eigen gemacht hat, hat drei Kernelemente. Erstens, man kopiert die Natur. Zweitens, man eignet sich diese Natur an, durch Patente. Mir gehört dieses Molekül, nicht ihr. Und drittens, wie könnte es anders sein, man versucht, dieses Prinzip des Besitzes der Natur auszuweiten auf möglichst viele Territorien, auf möglichst viele andere Länder, möglichst weltweit. Dieser Herr hier, der Bayer-Chef Karl Duisberg, forderte dann auch bereits 1904, also vor 108 Jahren, in einer Denkschrift, in der er den Zusammenschluss von Bayer, BASF, Höchst und anderen deutschen Chemieunternehmen forderte, diesen Schritt zu tun, weil es um die Herrschaft der deutschen chemischen Industrie über die ganze Welt geht. Darum ging es damals schon. Man wollte nicht konkurrieren mit anderen, man wollte beherrschen. Und so war es nicht verwunderlich, dass man auf die Idee kam, den damaligen Machthaber hier zu Hause in dieser Stadt, Kaiser Wilhelm II., zu diesem Zweck zu überreden. Da gab es den Strategen und dann gab es den, der die Parolen ausgab. Beide zusammen bereiteten den ersten Versuch vor, militärischen Versuch, diesen neuen Industriezweig auf die ganze Welt auszudehnen, um sie zu besitzen. Der Startschuss für den Ersten Weltkrieg war die Kriegserklärung, unterzeichnet von Wilhelm und dem damaligen Kanzer Betmann Holbeck. Wir Wilhelm von Gottes Gnaden erklären den Krieg. Hat das. Und sechs Wochen nach der Kriegserklärung am 31. Juli 1914 schreibt der Kanzler damals auf, worum es bei diesem Krieg eigentlich geht. Lesen Sie mit mir. Es ist zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen, das gab es damals noch gar nicht, steht trotzdem hier, und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband unter deutscher Führung muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Kriegsziel. Eine mitteleuropäische Wirtschaftsunion. Nicht mehr der Platz an der Sonne oder irgendwelche Deutschtümelei. Nein, Tachlis. Und diejenigen, die die Produkte für diese neue Weltordnung schon im Schrank stehen hatten, die entwickelten auch die Methoden, um diesen Krieg zu gewinnen, wie diese Firma hier, BASF. Der Wissenschaftler Fritz Haber fand heraus, dass man aus Luft, aus dem Stickstoff in der Luft, wenn man ihn unter Druck und Hitze zusammenbringt, Ammoniak produzieren kann. Der Grundstoff für TNT und damit für Bomben. Die Jungs hatten herausgefunden, wie man aus Luft Bomben bauen kann und hatten sich ein Patent darauf geben lassen. Und sind dann in Berlin aufmarschiert und da haben Wilhelm gesagt, jetzt schlag los. An Bomben soll es nicht mehr mangeln. Ein paar Kilometer, ein paar hundert Kilometer weiter weg von Ludwigshafen, wo die BASF zu Hause war, war der Bayer-Konzern. Auch dort machte man sich Gedanken, wie man das ganze Abenteuer der Welteroberung möglichst schnell hinter sich bringt und produzierte das Giftgas, was wir heute Abend schon angesprochen haben. Das Abenteuer schlug fehl, wie wir alle wissen. Wer gehen musste, war der Komplize, der Handlanger. Er musste abdangen, war damals so. Wer geblieben ist, waren die Strategen. Acht Jahre nachdem das erste Abenteuer der Welteroberung des Chemiekartells gescheitert war, fand der offizielle Zusammenschluss statt als Aktiengesellschaft. Firmenwert 1926 bereits 11 Milliarden Reichsmark, über 80.000 Angestellte. Die Chefs im Aufsichtsrat nannten sich der Rat der Götter. Bescheiden war man nicht. Man hatte zwar den Krieg verloren, 20 Millionen Menschen geschätzt, hat dieser Krieg das Leben gekostet. Wir machen weiter. Am 24. März 1931, wir kennen den Herrn schon, inzwischen IG Farben-Chef, nicht nur Bayer-Chef, Karl Duisberg, hält einen Vortrag vor dem Bayerischen Industriellen Verband. Zitat, erst ein geschlossener Wirtschaftsblock von Bordeaux bis Sofia wird Europa das wirtschaftliche Rückgrat geben, dessen es zur Behauptung seiner Bedeutung in der Welt bedarf. Ein Wirtschaftsblock von Bordeaux bis Sofia im Interesse des Chemie- und Pharmageschäfts. Kurze Zeit später brachte die IG Farben von der Bayer-Konzern sein erstes Handbuch heraus, in dem sie die bis dahin entwickelten Pharmapräparate auflisteten, Seite für Seite. Gut, es sind auch einige Leerseiten dazwischen. Insgesamt bereits damals über 200 Präparate. Wofür die bestimmt waren, zeigt diese Karte. Eine Weltkarte. Patentierte Pharmapräparate. für die ganze Welt. Und es überraschte nicht, dass man sich angesichts solcher Pläne Gedanken machte, wie kommt man da hin. Gut, man hatte den ersten Weltkrieg ins Sand gesetzt, aber da waren ja noch ein paar ganz Radikale. Die wollten das nochmal probieren. Und so investierte die IG Farben über 40 Millionen Reichsmark in die Wahlkämpfe der Nazipartei. Sagt nicht Doktorat, sondern sind die offiziellen Dokumente des Nürnberger Tribunals gegen die IG Farben. Wenige Kilometer von hier ist der Reichstag. Eines der Ereignisse, die jeder von Ihnen weiß, in Verbindung mit diesem Gebäude, ist der Reichstagsbrand. Wenn Sie den Spiegel aufschlagen, da lesen Sie, es war ein Holländer, ein Verrückter, der 50 Kanister in einer halben Stunde angesteckt hat. Wenn man sich die Mühe macht und im Nürnberger Tribunal die Dokumente durchzieht, dann kommt man auf dieses Dokument hier, IG Farben Aktien Gesellschaft. Die überwiesen mal eben 400.000 Reichsmark am Morgen nach dem Reichstagsband auf das Treuhandkonto der Nazis. Gute Arbeit, kann man dazu sagen. Biden war klar, was das bedeutet, sowohl der IG Farben als auch den Nazis. Es bedeutete das Ende der Demokratie. Und man schenierte sich auch gar nicht über diese Beziehung, man zeigte sich öffentlich. Hier Oktober 1933, ein halbes Jahr, nachdem man die Demokratie gestürzt hatte, in dieser Stadt trifft man sich in München, hier der IG Farben Direktor Schmitz, den Herrn hier kennen Sie. Man feiert, man zelebriert den Staatsstreich. Am 7. März hält Adolf Hitler in dieser Stadt eine Rede 1936, wo er sagt, die europäischen Völker stellen nun einmal eine Familie auf dieser Welt dar. Es ist wenig klug, sich einzubilden auf die Dauer in einem so beschränkten Haus wie Europa, eine Völkergemeinschaft verschiedener Rechtsordnung und Rechtswertung aufrechterhalten zu können. Drei Jahre später hält der Jurist von der Fakultät Rostock, einer der Chefstrategen, juristischen Chefstrategen des Naziregimes, ein Vortrag, wo er im Detail die neue Rechtsordnung in den von Deutschland damals noch annektierten Ländern, Österreich war gerade annektiert worden, beschrieben hat. Im Detail. Gesamtes Zivil- und Strafrecht, Wirtschaftsrecht, Patentrecht und so weiter. Wichtigstes Gesetz dabei war das Gesetz zur Blut und Ehre, also die Herrschaft in diesen besetzten Ländern. Wir haben diese Rede ausgegraben und haben sie in dem Buch Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU dokumentiert. Warum dieser Titel? Weil eben jener Hallstein, der 1939 den Plan für die eroberten Länder entworfen hat, 18 Jahre später zu was ernannt wurde? Zum Gründungspräsidenten der Brüsseler EU. Zehn Jahre lang war er der Chefarchitekt dieses Konstrukts. Wenn Sie diese Rede lesen, da fällt Ihnen nichts mehr ein. Wie oft die damals gesagt haben, was sie wo haben und wie es niemand unter den politisch Verantwortlichen geschafft hat damals zu sagen, dich ganz bestimmt nicht, sondern wie diese Rede ganz offensichtlich die Basis war, um diesen Mann da hinzubringen. Berlin der Hauptsitz der IG Farben war in Frankfurt, das Hochhäus steht heute noch da unten. Man brauchte aber einen Platz, ein Koordinationsbüro, ein Politbüro hier in Berlin. Dieses Haus hieß Berlin Nordwest 7. Und über dieses Politbüro der IG Farben in Berlin wurden die Eroberungsfeldzüge des Chemie- und Pharmakartells mit dem Naziregime koordiniert, einschließlich der Struktur Europas und der Welt nach dem sogenannten Endsieg. 60 Millionen Menschen bezahlten diesmal den zweiten Versuch der militärischen Welteroberung des Chemie- und Pharmakartells mit dem Leben. Man hatte gerade Frankreich besetzt, als im Juli 1940 die IGV an die Hitler-Regierung herantrat und sagt, als erstes bei der Neuordnung Europas müssen wir das Patentrecht definieren. Ich zitiere, dass unter deutscher Führung ein europäischer Großraum entsteht, der außer Großdeutschland eine Reihe weiterer souverän bleibender Staaten umfasst, eine Wirtschaftseinheit darstellt und möglicherweise später eine einheitliche Zoll- und Währungsunion bildet. Die weitestgehende und als Ideal zu bezeichnende Lösung bestünde darin, für den ganzen unter deutscher Führung stehenden europäischen Raum ein einheitliches Patent dadurch zu schaffen, dass formelle und das materielle Patentrecht durch ein einziges Gesetz geregelt würde. Dokument Nürnberger Tribunal Auschwitz jährlich finden im Bundestag Gedenkfeiern für die im KZ Auschwitz ermordeten statt. Noch nicht einmal in den fast 70 Jahren fand eine Gedenkfeier Stadt, wo die tatsächlichen Verantwortlichen für den Ausbau des Konzentrationslagers in einem Massenvernichtungslager benannt wurden. Hier sehen Sie die IG Auschwitz, die größte Industrieanlage während des Zweiten Weltkriegs. 100%ige Tochter von Bayer, BASF und Höchst und IG Farben. Sklavenlager für Sklavenarbeit, Massenvernichtungslager. Dann sagt man uns, es waren perverse SS-Ärzte, die diese Experimente gemacht haben in den KZ. Die Dokumente des Nürnberger Tribunals sprechen eine andere Sprache. Auf den Bildern, die dort als Beweise vorgelegt wurden, finden sich nämlich die Absender dieser Testpräparate. IG Farben, Industrie, Aktiengesellschaft, Bayer. Wenn Sie es nachlesen wollen, wir haben eine Webseite eingerichtet, www.profit-over-life.org. über 40.000 Seiten aus dem Verfahren gegen Bayer, gegen BISF, gegen Höchst und deren Rolle in den Kriegsverbrechen. Wer es nicht glaubt, auch das ist öffentlich zugänglich. Die getesteten Präparate an den KZ-Opfern waren natürlich patentiert. Die Patentschrift gehörte Bayer oder die Patentschriften gehörten Bayer und Höchst. Hier ein Beispiel. Der US-Chefankläger im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess fasste es dann auch so zusammen, ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Sie produzierten fast 100% aller Sprengstoffe, aller Materialien, die für die Kriegsführung notwendig waren. Und so wurden auch 24 Direktoren des IG Farben Konzerns, also von Bayer, BASF und Höchst, in Nürnberg angeklagt, wegen Verbrechen gegen das Menschenrecht. Der Bayer Direktor Fritz der Meer wurde 1948 zu sieben Jahren Haft verurteilt, wegen Verbrechen gegen das Menschenrecht, Plünderung, Sklavenarbeit, Massenmord etc. der Chef einer Industrie, des weltgrößten Pharmaunternehmens, das sich auf der Erde feiern ließ, als die barmherzigen Samariter und die Retter der Menschheit, verurteilt wegen Verbrechen gegen das Menschenrecht. Warum zeige ich Ihnen das? Wir werden oft gefragt, es kann nicht sein, Dr. Rath oder Dr. Seemann oder Dr. Nitzvicki, dass dieser Industriezweig tatsächlich das Leben von Millionen Menschen riskiert. Das glauben wir nicht. wir antworten, die haben es schon mal gemacht. Es wurde nur alles zugedeckt. Diese 40.000 Seiten mussten wir ausgraben in den Nationalarchiven. Sie waren nirgendwo im Internet zu finden. Versteckt. Das Schicksal der Nazi-Ig-Farben-Koalition nach 1945 lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die politischen und militärischen Marionetten wurden zu Tode verurteilt oder zu langjährigen Haftstrafen. Die ökonomischen Nutznießer und Drahtzieher des Zweiten Weltkriegs, also die IG-Farben-Firmen, wurden im Nachkriegsdeutschland schon bald wieder als Industriehochburgen gefeiert. Die Aktien der IG-Farben, die Hauptkriegsbeute der Alliierten, kamen unter die Kontrolle der Rockefeller und Rothschild Investmentgruppen. Doch auch nach dem Zweiten Weltkrieg gilt, die politischen und militärischen Marionetten begehen selbst oder werden zum Tod verurteilt, aber die Pläne, die Pläne der Weltherrschaft dieser Industrie jetzt diversifiziert. Wir stehen weiter. Ich habe den nächsten Abschnitt meines Vortrags auch zur Illustration etwas gegliedert. Wir müssen heute Abend über den dritten Versuch der Welteroberung durch das Chemie- und Pharmakartell unterhalten. Erster Punkt eine skrupellose Räuberbande, zweiter Punkt ein großes Raubrevier und drittens ein gut getaner Raubzug Pläne. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal ein paar Jahre vorbei, als die wichtigsten Positionen, wirtschaftlichen Positionen, neu zu besetzen waren. Bayer, Vorstandsvorsitzender von 1961 bis 1974, Kurt Hansen, während des Zweiten Weltkriegs Mitorganisator des Eroberungsfeldzugs in der Zentralstelle für Rohstoffbeschaffung hier in Berlin, also der Koordinationsstelle meiner Obertländer und verteilt das dann. Karl Wurster, Vorstandsvorsitzender der BASF und im Aufsichtsrat bis 1972 während des Naziregimes Wehrwirtschaftsführer Reichswirtschaftskammer im Aufsichtsrat des Zyklon-B-Herstellers Degesch. Höchst Vorstandsvorsitzender von 1952 bis 1969 Karl Wienerker im Nazi-Gefahrenregime NSDAP-Mitglied Höchstmanager zur Zeit der Menschenexperimente in den KZs Auschwitz und Buchenwald Inspektion des Auschwitz-Komplexes am 17. 7. 42. Er hatte das Pech, dass er fotografiert wurde. Die waren alle da, wussten es und wurden dennoch in diese Position gebracht. Warum wohl? Er hier, den wir eben schon kennengelernt haben, wurde nicht nur vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, sondern befand sich 1956 schon wieder auf dem Chefsessel des Aufsichtsrats von Bayer. Das war der wirtschaftliche Teil. Hier kommt der politische Teil. Die Handlanger, die Polit-Handlanger sind ebenfalls sehr aktiv beim dritten Versuch der Welteroberung durch das Chemie- und Pharmakartell. Ludwig Erhard, Bundeskanzler 1963 bis 1966 während des Regimes, beratet er IG-Farben in der Reichsgruppe Industrie. Kurt-Georg Kiesinger, Bundeskanzler 1966 bis 1969, NSDAP-Mitglied von 1933 bis 1945, Leiter der Rundfunk- und Propagandaabteilung unter Rippentrop, also im Außenministerium. Er hier, Karl Schiller, diesmal von der SPD, Bundeswirtschaftsminister 1966 bis 1972, NSDAP-Mitglied, Nazi-Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, Autor eines Aufsatzes über die Neuordnung Europas nach dem Endsieg. Und allesamt, hat nur zwei Ziele. Erstens, den Ausbau der Pharma- und Chemiehochburg Bundesrepublik Deutschland und den Aufbau des zukünftigen Absatzmarktes die Brüsseler EU. Und er hier, der Vollständigkeit halber sollte man das erwähnen, Hans-Maria Klopke, Co-Verfasser der Nürnberger Rassengesetze, Komplize von Stuckart, ein entscheidender Mitglied in der Wannsee-Konferenz, Nummer 101 auf der Kriegsverbrecherliste der Alliierten, entgegen der Verurteilung in Nürnberg nur durch die Kronzeugenregelung. Dieser Mann war in den besetzten Ländern dafür verantwortlich, dass die Gesetze und die Ausführungen des neuen Regimes umgesetzt wurden. Und eben dieser Klopke wurde bereits 49 von Adenauer zum ersten Kanzleramtschef berufen. Kanzleramtschef, die wenigsten werden es von Ihnen wissen, ist die entscheidende Funktion in dieser Regierung. Es ist wie eine graue Eminenz hinter dem Kanzler. Alle Befugnisse, was die Parteien, Außenpolitik, EU-Expansion, Regierung, Geheimdienste, selbst Bundeswehr, alle Korrespondenz läuft über diese Stelle, bevor sie zum Bundeskanzler geht. Und wer hat diesen Apparat aufgebaut? Er hier. Er hat es in anderen Ländern unter der Nazi-Ig-Farben Riege gelernt. Die Seilschaften gehen bis heute. Karl Wurster, BASF-Chef, während er noch Chef war, hat ein junger Mann dort bei der BASF gearbeitet. Sein Name, Helmut Kohl, später 16 Jahre Bundeskanzler, bevor er aus dem Dienst steht, hat er noch sein Mädchen ernannt. Klopke, Kanzleramtschef, Kanzleramtschef und der Kohl, heute Finanzminister. Und die beiden werden, lassen sich derzeit als die Retter der Brüsseler EU feiern. Was uns zum zweiten Punkt bringt, die Definition des Raubreviers. Kurz gesagt, das Raubrevier umfasst Europa, die Staaten und die Menschen. Und damals wie heute braucht man eine Koordinationsstelle, ein Politbüro, eine Liaison, wo sich die Interessen treffen. Damals war es hier in Berlin, heute ist es in Brüssel. Und die Räuberhäuptlinge, die gibt es auch. Die drehen ganz offen auf, hier zum Beispiel schon 1969 in einem Aktionskomitee für die, kein Witz, Vereinigten Staaten von Europa. Walter Hallstein und Karl Wienerker. Der Räuberhauptmann Hallstein wird, wie schon erwähnt, 1957 zum ersten Präsidenten der neu gegründeten Europäischen Wirtschaftsunion beziehungsweise der späteren Brüsseler EU ernannt. Alles, was er sich bereits 1939 ausgedacht und was er öffentlich verkündet hatte, hat er umgesetzt. Wir brauchen keine Demokratie. Wir brauchen eine Zentralstelle des Kartells. Ein zentrales Kartellbüro. so der Fachterminus. Und genau das haben sie gebaut in Brüssel. Die Chefs sitzen hier. Das sind die Interessen, die in Brüssel vertreten werden. Die EU-Kommission ist die politische Exekutive dieses Kartells. Die wird auch nicht gewählt, schon gar nicht von uns. Oder haben Sie schon mal für die EU-Kommission gewählt? Glauben nicht. Die werden ernannt von den Göttern. Und entscheiden tun sie auch. Sie machen die Gesetzentwürfe, sie machen Direktiven, die ohne jedes passieren, durchs Parlament gesetzt werden und Verordnungen über 500 Millionen Menschen Europas. Und uns erzählt man was von Demokratie. Wenn wir uns Brüssel angucken, dann erkennen wir sehr schnell, dass es dabei um eine Feigenblatt Demokratie geht. Hier die tatsächlichen Machtverhältnisse. Und dann kommt erst mal eine große Mauer. Und dann auf der rechten Seite dieser Mauer, da sind wir. Nicht nur wir alleine, sondern insgesamt 500 Millionen Menschen. Die dürfen da auch was wählen alle vier Jahre. Aber ein Initiativrecht für Gesetze, wie das jede Demokratie hat, hat dieses Parlament nicht. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Feigenblatt. Und erst wenn man dieses Bild sieht, versteht man die tatsächlichen Machtverhältnisse etwas besser. So funktioniert Brüssel. Die EU-Kommission, das sind natürlich nicht nur die 27 Kommissare, sondern die haben ein Apparat und gelogen von 54.000 Technokraten und Bürokraten, Berufsbürokraten, die sind dafür bezahlt, langjährig, dort für diese Interessen zu arbeiten. 54.000, das stellt das Volumen dieses Blocks dar und dann haben wir uns mal überlegt, man sollte mal das EU-Parlament mit seinen 736 Abgeordneten daneben abbilden, um einfach das Größenverhältnis mal darzustellen und das ist noch nicht alles. Wenn Sie Parlamentarier sind, dann werden Sie, wenn es gut geht, einmal wieder gewählt, meistens sind schon nach vier Jahren weg. Ein Missverhältnis von Zahl und Kompetenz. Man kann es tatsächlich so ausdrücken, auf jedes Mitglied des EU-Parlaments kommen 80 Bürokraten der EU-Kommission, die dieses Parlament in Schach halten. Und so fassen wir zusammen, die Brüsseler EU ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Die Basis jeder Demokratie ist der Grundsatz, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Wenn die politische Exekutive, also in diesem Fall die EU-Kommission, nicht mehr durch das Volk gewählt und vor allem nicht abgewählt werden kann, dann wird aus jeder Demokratie eine Diktatur. Und jetzt verstehen wir auch diesen ganzen Überwachungswahn, der über uns hereingebrochen ist, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem betrieben durch die Brüsseler EU. Versteht kein Mensch mehr. Die Piratenpartei wurde groß, weil sie das zum Thema gemacht hat. Die Warenursachen liegen viel tiefer, die haben Angst. Die wissen genau, was sie da machen. Und wenn die Menschen verstehen und wenn die Menschen eines Tages aufstehen und sagen, wir wollen die Demokratie, auch in Europa, dann fällt dieses Kartenhaus zusammen. Davor haben die Angst. Deswegen müssen sie alle Prozesse des menschlichen Lebens überwachen. Von ihrem Computer bis zu ihrem Handy und selbst den öffentlichen Verkehr und in Frankreich schon den privaten Personenverkehr. Nun kommen wir zu dem dritten Punkt, ein gut getanter Raubzugplan. Also stellen Sie mal in die Schuhe dieser Interessensgruppe. Sie haben zweimal einen Krieg angezettelt mit dem Ziel, militärisch die Weltherrschaft für ihren Interessensverband zu erringen oder ihren Wirtschaftszweig. Beides mal schief gegangen. Sie wollen das aber unbedingt. Was machen Sie? Sie haben das Problem, dass Sie es nicht mehr offen sagen können. Weil ein drittes Mal lässt man Sie nicht an den Abzug kommen. Da wacht schon das Ausland drüber. Also müssen Sie einen anderen Weg finden. Ihr Ziel muss sein, dass Sie die Länder, die sie erobern wollen oder kontrollieren wollen, erst mal sturmreif schießen, ohne Munition. Wie macht man das? Nun, durch ökonomisches Aussaugen, durch wirtschaftliche Schädigung, durch den Ruin der Volkswirtschaften, durch eine Induktion, ankurbelt an der internationalen Wirtschaftskrise, da erzeugt man politische Abhängigkeit und letzten Endes erreicht man darüber genau dasselbe Ziel, was man zweimal auf militärische Weise verpasst hat. Nur wir haben hier ein Fragezeichen, was ist dieses Feld hier? Wie kann man das schaffen? Man kann es nicht offen machen, also man muss es versteckt machen. Getarnt. Die Antwort ist das Pharma-Investment-Geschäft mit der Krankheit. Wie Sie vorhin von Uli Seemann gehört haben, die Dimension dieses Betrugsgeschäfts sprengt jede Vorstellungskraft. Wie kann das funktionieren? Nur indem man sie belügt, indem man ihnen eine Ware anbietet, aufschwatzt, offeriert. Die heißt Gesundheit. In Wirklichkeit das Produkt, was man liefert, ist was ganz anderes. Das Produkt heißt mehr Krankheit. Wenn Sie das mal verstanden haben und dieses Betrugsschema einsetzen, hier, dann funktioniert das wie am Schnürchen. kurz die Gesetze dieses Betrugsgeschäfts. Erstens, die Pharmaindustrie ist keine Gesundheitsindustrie, sondern eine Investmentbranche, die vor allem den Gewinnen der Pharmaaktionäre verpflichtet ist. Der Marktplatz der Pharmaindustrie ist unser Körper, aber nur, solange er krank ist. Die Fortsetzung, und das ist wichtig zu verstehen, die Fortsetzung, Ausweitung und die Erzeugung neuer Krankheiten ist die Voraussetzung. Nicht eine Begleiterscheinung, die Voraussetzung für den Fortbestand der Pharmainvestmentbranche. Im Umkehrschluss, das was wir machen, die Vorbeugung und Beseitigung von Krankheiten sind geschäftsschädigend für diese Investmentbranche und werden von ihr auf Teufel komm raus bekämpft. Die juristische Grundlage und das ökonomische Steuerungsinstrument dieses Milliardenbetrugs sind Patente. Mit der willkürlichen Festlegung der Lizenzgebühren für ihre patentierten Präparate bestimmen die Pharmakonzerne ihren Profit selbst. Das gibt es nirgendwo sonst. Und damit das Ausmaß des von ihnen organisierten Betrugs. Beispiel Krebs. Was ist die häufigste Nebenwirkung der Chemotherapie Präparate? Zellschädigung und neuer Krebs. Ich übersetze ihn mal. Sie kommen zum Arzt, der diagnostiziert bei Ihnen Krebs und das, was er ihnen empfiehlt, das weiß die gesamte wissenschaftliche und medizinische Fachwelt, heilt diesen Krebs nicht, sondern macht was, noch mehr Krebs. Fantastisches Modell. Gibt es sonst nirgendwo. Also, die Krebsspirale mit einer Krankheit und dem Betrugssystem, was darauf aufbaut, wird dieser Marktplatz ausgeweitet. Systematisch, strategisch, wissentlich. Zweiter, zweite Spirale, die toxischen Nebenwirkungen des Chemogifts verursachen zahlreiche weitere Krankheiten. Man blutet, man verliert die Haare, die Gelenke schwellen an. Man braucht mindestens vier, fünf zusätzliche Pharmapräparate, wenn man diese Chemotherapie Präparate nimmt. Und wenn man sie im Kopf nicht mehr aushält, dann kriegt man die Tranquilizer hinterher, damit man nicht verrückt wird. Milliardengeschäfte, Schmerzmittel, Steroide, Blutverdünnungsmittel, Blutersatzstoffe und und und. Also, schon wieder ein Geschäftsmodell. Fantastisch. Jeder dieser Nebenwirkungsmedikamente stellt einen weiteren Pharma Milliardenmark dar. Jetzt denken Sie, das ist das Ende der Fahnenstränge. Schlimmer kann es nicht kommen. ein Moment. 40 Prozent, tatsächlich über 40 Prozent aller Pharmapräparate, die in Deutschland produziert, verschrieben und eingenommen werden, in Österreich, in Europa, in USA, in Japan. 42 Prozent dieser Pharmapräparate sind potenziell krebserregend. sagt nicht Doktorat, sondern sagt das National Institute of Health, eine Regierungsorganisation in den USA, das größte Forschungsinstitut der US-Regierung in Bethesda, Maryland. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Jungs mit dem gesamten Geschäftsmodell die Krebs-Epidemie aufrechterhalten, ausweiten. Warum das so ist, sehen Sie hier. Die Patentierung von Pharmapräparaten ist die Geschäftsgrundlage des Pharma-Investment-Geschäfts und ist eine Hauptursache der Krebs-Epidemie. Also, wir haben die Idee, mit Krankheiten Geld zu machen. Das schaffen wir über Patente und die Lizenzgebühren bestimmen den Gewinn. Weil man aber nur patentieren kann, was neu ist, kann man nicht Naturheilverfahren patentieren, sondern muss neue Moleküle erfinden. Und wenn sie es nicht gibt, muss man sie ausdenken. Und weil die neu sind, kennt sie der Körper auch nicht. Und wenn der Körper sich nicht kennt, behandelt er sie als Gifte. Und wenn die Entgiftung nicht funktioniert, kommt die Zellschädigung. Und wenn die Zellschädigung kommt, kommt der Krebs. Wenn Sie alles vergessen, was Sie heute Abend gehört haben, aber das möchte ich, dass Sie das mitnehmen. Das auf Patentierung beruhende Pharma Investment Geschäft ist in seinem Fundament, in der Anlage seines Geschäftsmodells eine der Hauptursachen, warum die Menschheit die Krebsepidemie nicht in den Griff bekommt. Weil das Prinzip Patentierung diesen Industriezweig dazu zwingt, immer neue, und jetzt sage ich das bewusst, Gifte unter die Menschen zu bringen. Verstehen Sie diesen Gedanken? Wenn wir das verstanden haben, dann ist auch relativ klar, was passieren muss. Das milliardenschwere Pharma Investment Geschäft ist die Hauptursache für den Fortbestand der Krebs Epidemie. Die direkten Kosten des Pharma Investment Geschäfts und die enormen ökonomischen und sozialen Schäden, die dieses Geschäft unter den Menschen in Berlin und unter den Menschen der ganzen Welt anrichtet, führt zum systematischen Ausbluten der Volkswirtschaft der Erde und zu deren ökonomischen und politischen Abhängigkeit. Wenn wir das ändern wollen, dann gibt es nur einen Weg. Ein weltweites Verbot des Pharma Investment Geschäfts mit der Krankheit. Ich sage nicht die Pharma Industrie. Aber das gezielte Aufrechterhalten, das gezielte Ausweiten von Krankheiten als Geschäftsprinzip, das muss verboten werden. Ein weltweites Verbot von Patenten zu Produkten, die Einfluss auf Leben und Gesundheit von Millionen Menschenleben haben. Und das Gesundheitswesen in allen Ländern der Welt muss unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. Nur so kann ein weiterer Missbrauch verhindert werden. Und dieses neue Gesundheitswesen, für das wir uns auch einsetzen, muss auf die Vorbeugung und die Ausmerzung von Krankheiten ausgerichtet sein und nicht länger auf deren Ausweitung als Absatzmärkte. Diese Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten, sind nicht Wunschdenken von dem Redner heute Abend hier. Wenn Sie sich das durchdenken, dann erkennen Sie, dass es gar keine Alternative gibt, wenn wir der Krebs-Epidemie Herr werden wollen, wenn wir den wirtschaftlichen Ruin der Menschen in Deutschland, in Europa verhindern wollen, eine soziale Erholung und Entwicklung und letzten Endes auch das Überleben der Demokratie. Denn die Wirtschaftskrise wird ja systematisch dazu benutzt um die Demokratie abzubauen. In Griechenland und Italien regieren schon gar keine gewählten Volksvertreter mehr. In Brüssel auch nicht. Wir haben die drei Spiralen bei Krebs besprochen. In der Folge davon sind weltweit Kosten der Krebs-Epidemie von 700 Milliarden Euro pro Jahr entstanden, ohne die Medikamentenkosten. Was heißt das denn? Diese indirekten Kosten, die in diesen Statistiken aufgeführt werden, sind die Schäden, die durch Arbeitsausfall, durch verkürzte Lebensdauer und, und, und entstehen. Also die Schäden, die eine Krankheit in einer Gesellschaft anrichtet, weil sie fortbesteht. Wir müssen also verstehen, sehen, dass die Pharmaindustrie und das Pharmageschäft mit der Krankheit die Menschen der Erde auf zweifache Weise schädigt, ökonomisch auf zweifache Weise. Zum einen saugt sie diese Länder aus mit den Kosten für diese teuren Präparate und zum anderen über die Produktion, über die ständige Neugenerierung von Krankheiten schafft sie Schäden in Milliarden, tatsächlich in Billionenhöhe. Uli Seemann hat die Prognose für 2030 schon angesprochen und diese 34 Billionen Euro an jährlichen Kosten für Krebs und andere Nicht-Infektionskrankheiten. Wenn man das in Stapel von Ein-Euro-Stücken aufeinander reicht, reicht das 1,5 Millionen Mal um die Erde. Können Sie sich das vorstellen. Wir haben von der Pharma-Industrie gesprochen, eben von dem Betrugsmodell des Pharma-Investment-Geschäfts. Vorher haben wir von dem Chemie-Pharma-Kartell gesprochen. Also das Bindeglied zwischen diesen beiden Industrien ist das Patentgeschäft. September 2011 in allen großen deutschen Zeitungen eine Werbekampagne der chemischen Industrie Deutschlands. Wir sind schon die ganze Zeit bei Ihnen. Um 7.30 Uhr die Zahnpasta und die Zahnpöste, Ihr Handy um 9 Uhr, Silizium, der Chips in Ihrem Smartphone, die Druckerfarbe in Ihrer Zeitung, die Verpackung Ihres Joghurts, geht weiter. Kunststoffe, Schaumstoff in Ihrer Matratze und so weiter und so fort. Was heißt das denn? Das heißt nichts anderes, meine Damen und Herren, als dass, wenn Sie heute Abend hier rausgehen und mal darauf achten, Sie etwa die Hälfte aller Dinge, die Sie berühren in den nächsten 24 Stunden, gehören nicht vom Produkt her, aber von der Substanz, die diese Produkte aufbaut. Diesen Jungs, ohne dass sie es wissen. Plastik, Gummi, Pflanzenunschutzmittel, Düngemittel, Verkehrsschilder, Hotelausstattung, Wohnungsausstattung und, und, und. Und wenn Sie die Wirtschaftskrise in Europa verstehen wollen, dann müssen Sie nur dieses Bild ansehen. Wem gehört Europa? Patentanmeldungen pro Land. Diese, diese Balken, da steht ein D drauf, das ist Deutschland. Wenn Sie in Griechenland wohnen, dann beziehen Sie die Produkte aus Deutschland, müssen dafür bezahlen. Aber Sie selber haben nichts anzubieten. wenn Sie in Spanien wohnen, dasselbe, ein bisschen weniger. Und wenn Sie diese Karte sehen, dann verstehen Sie, in welcher Reihenfolge die Dominosteine umfallen werden. Wo steht heute der dritte Versuch der Weltoberung durch das Chemie- und Pharmakartell? Jahrzehnte der Herrschaft des Chemie- und Pharmakartells brachten die Länder Europas an den Rand des wirtschaftlichen Ruins. 2009 war diese Länderei für den entscheidenden politischen Akt des Kartells den Vertrag von Lissabon. Der schafft die politischen Rahmenbedingungen für die Brüsseler Wirtschaftsdiktatur, die wir vorhin besprochen haben. Und Herr Hallstein, wenn der den Vertrag von Lissabon gelesen hätte, da hätte er alles wieder gefunden, nur einen Satz nicht oder ein Gesetz nicht. Das Gesetz über Blut und Ehre, das war nicht mehr da. Passte nicht mehr in die Zeit. Alles andere finden Sie da drin. Wir haben vorhin über Auschwitz gesprochen und über die Interessensgruppen und Firmen, die den Zweiten Weltkrieg erst möglich gemacht haben. IG Farben, Töchter, Bayer, BRSF und Höchst, die Dame vertritt diese beiden Gruppen, er hier durch eine Fusion mit Sanofi vertritt diese. Mit 55 Millionen Euro wurde diese Hochzeit von ihm hier finanziert. Er war noch gar nicht Präsident. Durch diese Hochzeit hat er sich empfohlen, den Interessensgruppen als französischer Präsident. Dessen ganzes politisches Werden und seine Zukunft hängen davon ab, dass dieses Betrugsmodell nicht aufliegt. Auch eine Zwischenbilanz von Jahrzehnten Aussaugens durch das Chemie- und Pharmakartell, Ungerechtigkeit, Zahlungsunfähigkeit. Dann hetzen hier die Medien und sagen, diese formeln Menschen ums Mittelmeer, die liegen nur den ganzen Tag in der Sonne und tun nichts. Wenn sie von diesen Interessen ausgesaugt werden, dann wird jedes Land umfallen, früher oder später. Und dann höre ich diejenigen, naja, Doktorat, aber uns geht es ja noch gut. Gestern Abend sah ich in den Heute-Nachrichten einen Bericht und ich habe mir das Zitat aufgeschrieben. Ein Drittel aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind derzeit schon quasi Bankrott ausgesaugt von Wirtschaftsinteressen aus dem eigenen Land. Und wenn sich dann Lösungsansätze abzeichnen, wie den, den Sie heute Abend hier gehört haben, dass Vitamine und Mikronährstoffe tatsächlich diese Probleme angehen können, dann kommen Blätter wie der Spiegel haben Sie vielleicht gelesen, Titelgeschichte im Januar dieses Jahres, die Vitaminlüge Verwirrung stiften. Eine tatsächliche Auswirkung auf das Verhalten der Bevölkerung ist schwer vorzustellen. Dazu hat der Spiegel zu wenig Einfluss auf die einfachen Menschen. Wenn Sie Akademiker sind, ist das ein bisschen anders. Also muss man sich die Frage stellen, für wen ist denn dieser Artikel überhaupt geschrieben worden? Meine Meinung ist, er ist geschrieben worden für genau diese Zielgruppe. Ärzte, um sie bei der Stange zu halten, angesichts eines zusammenbrechenden Kartenhauses des Pharmageschäfts beziehungsweise der Pharmamedizin, Juristen, Politiker, die noch mal an die Stange genommen werden müssen, um diesen Interessen noch ein paar Jahre zu geben. Wir haben die Chefredakteure des Spiels eingeladen, heute Abend zu uns zu kommen und Rede und Antwort zu stellen, zu stehen über das, was sie da geschrieben haben. Wir haben, da sehen Sie hier, sogar den Tisch aufgebaut für die Podiumsdiskussion. Hier muss ich erst noch mal nachsehen, Herr Georg Maslow vom Spiegel, dann haben wir noch Matthias Müller von Blumenkron, die teilen sich das wohl gerade da, diese Chefredaktion. Wir haben auch den Gesundheitsminister Daniel Bahr eingeladen. Von Bahr gab es keine Antwort, vom Spiegel gab es zumindest eine Antwort. Herr Maslow hat Ihre Einladung erhalten und mich gebeten, ihn zu antworten. Am 13. März ist er bereits verpflichtet und wird daher nicht an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Wir sagen, lasst uns nicht lange dabei aufhalten. Wenn Sie mehr über diesen Artikel und unsere Antwort wissen wollen, wir haben das zusammengefasst, vitaminesindleben.de. Ich komme zum Ende dieses Abends. Was ist denn die historische Parallele zu dem, was wir Ihnen heute Abend hier gesagt haben? Gab es überhaupt schon mal einen Augenblick in der Geschichte, dem dieser zu vergleichen ist? Eine Umwälzung, der jedes Leben berührt. Den gab es. Vor 500 Jahren, im 16. Jahrhundert, wurde die Buchdruckkunst in Europa erfunden, beziehungsweise weiterentwickelt. Mithilfe dieser Entdeckung wurden plötzlich Bücher reproduzierbar, Massenware. Menschen haben beim Kerzenschein in ihrer Bauernhütte lesen und schreiben gelernt. gegen die Interessen der Menschen, die damals an der Macht waren, also die Fürsten und die Baronen und die Könige. Die ersten Druckopressen wurden zerstört, weil die mittelalterlichen Feudalherren gar kein Interesse hatten, die Macht zu teilen. Wissen war Macht, das wussten sie und die Menschen sollten sie nicht bekommen. Genützt hat ihnen das nichts. Und weil sie es trotzdem noch mal versuchen wollten, das ganze Rad zurückzudrehen und das Mittelalter zu behalten und mit dem Mittelalter ihre feudalen Privilegien, deswegen haben sie einen Krieg angezettelt, den 30-jährigen Krieg, der halb Europa zerstört hat. Das schlimmste Ereignis auf diesem Kontinent seit den großen Seuchen. Genützt hat es ihnen nichts. Die Menschen wollten nicht mehr zurück ins Mittelalter. Sie hatten sich entschieden, Mensch zu werden, lesen und schreiben zu lernen, aktiv am Leben teilzunehmen und nicht mehr zu leben wie die Tiere. Und aus demselben Grund, den ich gerade gesagt habe, aus demselben Grund, dass Milliarden, Billionen auf dem Spiel stehen, deswegen sind die nächsten Monate und Jahre so brisant für die gesamte Menschheit. Es wird diese Handlanger der Wirtschaftsinteressen geben, die mit dem Feuer spielen wollen. Sarkozy durch die Pharma-Investment-Branche an die Macht gebracht, ist der einzige Präsident einer Nuklearmacht, der öffentlich den nuklearen Erstschlag gepredigt hat. Die beiden großen Befreiungsbewegungen in der Geschichte, Befreiung der Menschen vom Analphabetentum im 16. Jahrhundert und jetzt unsere Aufgabe, die Befreiung der Menschheit von der Unwissenheit in Bezug auf ihren Körper und die zellulären Ursachen von Gesundheit und Krankheit, die Ausmerzung von fast allen Volkskrankheiten, die uns heute noch heimsuchen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe, das ist die reale Möglichkeit in dieser Generation.